Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu Marta is Dead. Wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren hier. Und hä? Komischerweise ruckelt es ausnahmsweise mal gar nicht hier. Was ist los? Gab es ein Patch? Das Spiel ist doch schon von alt. Warum ruckelt es nicht? Seht ihr das? Es ruckelt nicht. Hier hat es immer übel krass geruckelt. Und es läuft einfach butterweich. Okay, komische Nummer. Ja Leute, wir waren stehen geblieben hier. Boah, das Ding, glaube ich, muss mal kicken. Da läuft mein Mann. Bei dieser ganzen Geschichte. Und Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich hab ein bisschen darüber nachgelesen. Der ein oder andere wird mich jetzt dafür haten. Aber ich hab mir die Lösung hier vorher geholt. Weil, ey Leute, ganz ehrlich, das ist nicht meine Welt. Den Anfang. Den Anfang, okay. Ich hab die Lösung hier. Weil, ey, ich hatte den Satz viel zu komplex, ja. Das war schon mein erstes Problem. Und zwar ist der Satz, Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Stadt brennt. So weit waren wir ja auch, ne. Das hatten wir uns ja gemerkt. Wo hatten wir denn hier Stadt? Ähm. Und Leute, das hier ist nicht der Grund, warum ich mir die Lösung geholt hab, ja. Hier wär, ich hätte dieses Rätsel noch weiter gemacht. Naja, ein richtiges Rätsel ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich nur ein Verstehen von den Geheimcodes hier. Und das dann in die Tat umsetzen, ne. Alles schön und gut. Warum geht mein Handy als aus? Ich hab normalerweise an, dass das nicht ausgeht. So, Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus. Stadt brennt. Wollen wir das brennt? Panzerstraße nahe Haus Ende. So, alles schön und gut, ja. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Hab ich doch gemacht. Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus. Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Wieso ist das jetzt... Wieso ist das jetzt immer noch nicht richtig? Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Hab ich doch. Muss ich noch irgendwas machen hier? Ich hab mir das extra, ich hab mir extra ein Video angeguckt. Ich verstehe es nicht. Er hat es doch genau so gemacht in dem Video. Ich gucke mir das jetzt live mit euch hier an. So. Hm? So. Wir gucken mal. Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Bei ihm sch- Na, Ende. Er klickt ja auf senden. Straße. Nahe Haus. Ende. Dann geht er auf senden. Und dann passiert bei ihm was anderes. Straße brennt, Panzerstraße... Äh, Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Hier, ich zeig euch das. Könnt ihr... Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Warum akzeptiert er das nicht? Ich füge am Ende einfach over hinzu. Was soll das? Ich glaub nicht zu machen, dass ich fertig bin. Ich versteh nicht, was das Spiel für ein Problem mit mir hat. Over. Ich kann hier nichts machen. Ich hab's exakt wie in dem Video gemacht. Ende. Ende. Ich füge am Ende einfach over hinzu. Ja, ich füge am Ende gleich deiner Mutter was zu, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann es... Es funktioniert nicht. Ich hab es exakt wie in dem Video gemacht. Und ich versteh es nicht. Woran liegt das? Stadt brennt, Panzerstraße nahe Haus Ende. Genau so hat er es im Video. Und bei ihm funktioniert es. Er geht auf senden und dann kann er den Code durchgeben. Ich nicht. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Alles klar. Telegraf verlassen. Ja, ich möchte den Telegraf verlassen. Weil was soll ich jetzt machen? So, das packt mich grad richtig ab. Sorry. Aber ich wusste, dass das hier Stress geben wird. Und ich versteh nicht, warum. Ich versteh nicht, was das Problem ist. Müssen wir erst noch irgendwas anderes machen? Ist irgendwie das Save-Game kaputt? Was passiert denn, wenn ich jetzt speichere? Spielzeit drei Stunden. Was, wenn ich das überschreibe? Ja. Und dann will ich Spiel laden. Und lade das. Weil das Problem ist einfach, was soll ich machen, wenn das jetzt nicht funktioniert, Leute? Vor allem, weil ich nicht weiß, woran es liegt. Ich könnte es ja mal kurz googeln. Ich probiere es jetzt aber erst noch einmal. Okay, ich soll B machen. Gefällsentscheidung. Weißzeigung. Okay, dann legen wir uns erst noch mal die Karten. Vielleicht bringt es ja was. Äh, ich nehme als erstes die. Der Nahr. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Okay. Der Teufel. Oh. Okay. Und der Turm. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Ja. Weise Worte. Oh. Wir legen heute mehr als drei Karten. Der Tod. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Das Ende wartet gleich auf mich, alte Errungenschaft freigeschaltet. Das ist ja alles auch schön und gut. Ich gucke jetzt noch mal in meinen Ziele-Dings. Entwickle das Foto. Mama ist im Keller. Ich möchte auf keinen Fall über den Weg laufen. Ich werde die Filme später entwickeln. So. Benutze den Telegrafen und merke dir den Code TOWNONFIRE. Ja. Schön, dass ihr es mir hier auf Englisch entschreibt. Gehe zum Friedhof. Ich muss Marthas Leiche auf dem Friedhof untersuchen. Ah, das hat schon so. Das ergibt keinen Sinn in die Nacht. Ich glaube, liebe Mutter, es ist schwer. Aber ich muss dir das sagen. Ich habe herausgefunden, das ist schwer, schwer. Gehe zum Friedhof. Hä? Ein fröhliches Zimmer. Boah, Leute. Ey, ganz ehrlich. Ich versuch's jetzt noch mal, ja? Versuch's jetzt einfach noch mal. Versuch's jetzt noch mal. Mach an, das Ding. Und der eigentliche Kraust, ja? Okay, klicke auf die Wörter. So, wir hatten Stadt, brennt, Panzer, Straße, nahe, Haus, Ende. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach auf die Wörter, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich weiß nicht, was es soll. Ich google das jetzt, ob das ein Bug ist, ob ich vielleicht irgendwie das Spiel nochmal neu von einem anderen Punkt starten muss, dass das irgendwie verglitscht ist. Vater ist dead. Telegraph geht nicht. Ich hab' ein fucking Video angeguckt, wo die es zeigen. So. Was soll ich noch machen? Leitfaden Trophies Day. Vielleicht helfen die mir ja. Ja, ich bin nicht an der Konsole. Was interessieren mich denn die Trophäen in dem Spiel? Hier gibt es halt einfach nichts dazu. Es ist einfach, was soll ich jetzt machen? Was soll ich tun? Das Spiel lässt sich nicht weiterspielen an der Stelle. Okay, so da muss man, so muss man, so ist das jetzt, ansonsten, so ist das, ansonsten, so ist das, ja, first thing to climb up the telephone pole, town on fire, tank, road, near, house, over. Da steht exakt das, was ich geschrieben habe, aber ich mach's nochmal. Ja, okay. Jetzt laber mich nicht wieder voll. Die Frage ist, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Weil entweder das ist scheinbar verpackt oder ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, halt dein Maul. Die Straße ist in jedes Haus ist. Mann, ist das so ein geiles Spiel und jetzt scheißen die mit so einer Kacke da rein, Alter, ganz ehrlich. Und eines liegt nicht daran, dass ich zu dumm bin. Denn ich mach exakt das, klicke auf die Wörter. Ich mach jetzt einfach mal irgendwas. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Okay, das heißt, wir entfernen nochmal alles. Das Codewort ist town. Nicht ausgehen, Handy, warum geht das? Seht ihr das, Alter? Town. Ham gibt's nicht, ne? Das heißt ja auch nicht brennen. Dann brennt. Stadt brennt. Town on fire. Tank, road, near, house, over. Panzer. Panzer, near, Panzer, road, near, oh, ja, Panzerstraße. Narr. Warte mir, Narr. Wo war denn Narr? Platz, was was bedarf. Leben kann man in einem Flussgebäude verstecken. Einmal bin ich dumm. Panzer. Panzer. Ich find das Wort nah nicht mehr. Nah. Straße. Nee, ich bin dumm. Letztes Wort entfernen. Nah. Haus. So. Genau. Ich versuch das jetzt nochmal zu triggern. Deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Also füge ich noch over hinzu. Ich füge am Ende einfach over hinzu. Ich flipp aus, Alter. Deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Alter, hier funktioniert nichts. Ja, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß halt for real nicht, was ich machen soll. Ich find's sehr, sehr schade. Ich versuch jetzt nochmal einen noch älteren Spielstand. Kapitel der Friedhof. Ja, aber kann ich ja nicht. Das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Sonst muss ich ja alles wieder spielen. Ich muss ja eine halbe Stunde nochmal spielen. Da hab ich keinen Bock drauf. Hab ich keinen Bock drauf. Es tut mir leid. Das mach ich nicht, wenn der Scheiß nicht funktioniert. Und ich hab mir ein fucking Video angeguckt. Ja. Das ist genau das Save Game, das ich hatte. Und. Ohne Witz. Ich geh jetzt da hoch. Nein, ich geh hier lang. Die Mutter ist aber doch im Haus, oder? Die Mutter im Haus? Im Keller war die Mutter? Ich brauch noch ein fucking Foto. Von der, von der Wand. Ähm. Wo die Karte ist, ja? Das Problem ist aber, das sagt uns eigentlich die Stimme, die antwortet. Dass ich ein Foto davon brauche. Und ich kann's ja auch nicht ausdrücken, wenn die Mutter noch da unten abchillt. Es hat ja noch ganz andere Sachen zu tun. Da ist aber wieder zu. Das Fahrrad will ich in diesem Spiel einfach nicht mehr benutzen, glaube ich. Und ich bin de-de-dezent getriggert. Warum? Warum? Bewegt sich das immer? Ist die alte noch hier unten? Ja. Was soll ich denn dann machen? Ja. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Das ist toll. Ich könnte stattdessen auf den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Gehen wir jetzt gleich zum Friedhof. Ich mach aber trotzdem schon mal ein Foto von der Karte. Nee, wie ging das nochmal? Ey Leute, das nervt. Oh, jetzt kann ich die Karte nochmal neu legen. Weil ich ja das andere Safe-Game hab. Okay. So. Helligkeit. Ja. Ist schon okay so. Würde ich fast schon so ein bisschen dunkler machen. So. Zack. Foto gemacht. Was wir jetzt nur leider nicht ausdrücken können. Schließen bitte. Dann gehen wir jetzt zum Friedhof, ja? Da machen wir jetzt einfach was anderes. Weil das scheint nicht... Scheint halt einfach nicht zu funktionieren. Das funktioniert einfach nicht. Bei dem im Video... Ja. Da ähm... Antwortet die Stimme dann. Ich kann dann Code durchgeben und dann antwortet die Stimme. Die Frage ist, wo ist doch der... Wo ist der Friedhof? Wo ist er da oben, der Friedhof? Wo ist er da oben, der Friedhof? Das war's.